Ja, Leute, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Minecraft. Diesmal Part 81 schon. Und ja, in diesem Part geht's den Schweinen an den Kragen. Interesse? Kein Interesse. Interesse? Kein Interesse. Interesse? Kein Interesse. Okay. So, meine lieben Damen. Wenn ich mal bitten darf. Na, kommt ihr alle auf einmal oder muss ich euch auch alle schlachten? Da denken sich die, nee, nee, ich laufe lieber mal ein bisschen schneller. Na, das geht einfacher mit den Schweinen, ne? Die latschen da teils selber rein. Gut. Jetzt kommt's hier an den... Na ja. Na ja, gut. Wir haben trotzdem noch genug Schweine. Daran soll's nicht scheitern. Wo lauft der denn immer überall hin, Mensch? Schweine sind echt schneller unterwegs, hab ich das Gefühl. Ah, wir haben alle sogar dabei. Alle haben sich freiwillig gemeldet. Na, das ist doch schön. Dann haben wir da bei wesentlich so viele Verluste. Alle rein. Komm schon, ihr schafft's auch noch. Ja. Ihr habt alle schon, dann sind wir damit erstmal durch. Wunderbar. Und ein bisschen was haben wir auch gekriegt. Hm, ein bisschen. So. Dann packen wir die Wurzel. Da noch mit zu. Zum Wachsen. Kann da unten in den Trichter. Gut. Das haben wir. Dann packen wir jetzt hier mal das Weizen zurück. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Oh. So. Gehen wir da auch einmal rüber. Das kostet ja keine Zeit. Das kann man öfter mal machen. Ähm. Ja. Gut. Was machen wir jetzt? Wir können den Boden weiter austauschen. Wir haben jetzt hier noch Glas drin. Hol ich einfach mal raus. So. Dann haben wir noch wieder ein bisschen was auf Lager. Tauschen wir das aus gegen das Schweinefleisch und gegen das Steak. Leder. Das kommt alles hier mit rein. Gebratenes. Leder kommt hier. Animal Drops. Weiße Wolle. Atizlazuli. Kommt hier mit rein. Sand. Holz. So. Erde. Sticks. Ja. Das sind so die Grunddinge, die man meistens immer im Inventar hat. Lassen wir auch mal direkt im Inventar. Aber Sand. Da haben wir hier. Sandstein. Klosteine. Machen wir auch mal. Und jetzt wird ausgetauscht. Eine sehr langweilige Sache. Ach ne Quatsch. Eine Sache wollte ich noch machen. Aber ich bin immer so durcheinander. Ich muss echt wieder Strichliste führen. So. Und zwar. Nehmen wir mal alle außer einen. Nochmal mehr Sticks. Leider. Und zwar. Auf Wiedersehen. So, das hat wieder nicht gereicht. Naja, das ist nicht so schlimm. Das tut mir nicht weh. Aber, dass das da oben nicht ankommt, das tut mir weh. Richtig seelisch. So. Das ist schön. Dann reißen wir jetzt auch mal hier das Gehege ab. Mit unserer unverwechselbaren, einzigartigen Axt. So, das wird. Jetzt sieht es ja schon direkt wieder sauberer aus. So, dann nehmen wir jetzt hier unsere Schaufel, die des Gärtners. Und dann, ja, machen wir uns hier mal ein bisschen nützlich, was das betrifft. So. Ich glaube, wir sollten uns auch mal ein Part nur dafür Zeit nehmen, das auszutauschen. Naja, später, der Sand wird niemals reichen. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch in die Wüste müssen und dann ein bisschen was abbauen. Das wird auch seine Zeit kosten. Und, naja, das sind all diese Faktoren, die die Geschwindigkeit unseres Bauens ziemlich beeinträchtigen. Aber ich denke mal, das ist kein Beinbruch. Wir haben ja Zeit. Das gefällt mir alles bis jetzt. Ich kann echt nicht klagen. Läuft alles spitze. Ja, ja, so ist das. Mann, Mann, Mann. Wie lange wir hier schon insgesamt bei sitzen, ey. Das finde ich immer heftig, die Erinnerung. Wie lange und wie viel Arbeit doch hier drin steckt. Das ist heftig eigentlich. Und wie viel Zeit. Das ist... Hm. Ist schon eine Menge. So, dann machen wir nach dieser Reihe Feierabend. Ich glaube, das wird gar nicht reichen, alles. Na, reicht das für die Reihe? Ne. Noch drei. Zack. Und sie verliessen uns wieder. Aber ihr seht schon, wie das ungefähr nachher aussehen wird. Das gefällt mir. Also die kommen natürlich nachher weg. Das wird sowieso nachher durch Glowstone ersetzt. Das wird dann aber auch wirklich dein Adel vom Feinsten. Das wird dann heftig. Und die Wände hier an der Seite, die sollen 30 hoch. Und wir sind jetzt erst bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ungefähr das Dreifache. Kommen die noch höher. Das wird Hammer aussehen. Haben mehr. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben unsere 10 Minuten wieder erreicht. Das war es dann auch erstmal für heute. Zu dem Thema. Und. Ja. Im nächsten Part geht das dann weiter mit dem. Äh. Sandstone. Austausch. Wie viel haben wir überhaupt noch? Müsste ich mal gucken. So. Und zwar. Ich kann ja hier direkt mal alles aufnehmen. Auch wenn es so Dreck ist, muss ja nicht unbedingt, äh. Weggeschmissen werden, sozusagen. Kann man ja aufbewahren. Vielleicht braucht man das irgendwann nochmal für ein heftiges Bauprojekt oder so. Oder allgemein für Felder. Einmal. Ja, knapp ein Stack wird das nur noch sein. Wir haben nicht mehr viel. Joa. Ne? Dort haben wir auf jeden Fall noch reichlich. Das wird nicht so schnell der gehen. So, gut. Leitern. Haben wir ja noch welche. Die werden wir das nächste Mal noch dahin pflanzen da. An ihrem Platz. Aber jetzt für diesen Part würde ich sagen, war das erstmal genug. Wir sind gut dabei. Liegen sehr gut in der Zeit, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist wirklich alles tadellos. Und das gefällt mir. Dann würde ich sagen, war es das erstmal hier an dieser Stelle. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ja. Bis dahin. Ciao, Leute.